Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, diese Nachricht ging jetzt wirklich rasant um die Welt. Russlands schärfster Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist tot. Der 47-Jährige sei in Haft gestorben. Das hat die Gefängnisverwaltung in Russland mitgeteilt. Nawalny hat ja eine jahrelange Haft in einer Strafkolonie in Sibirien verbüßt. Verurteilt wurde Nawalny unter anderem wegen Extremismus. Seine politische Bewegung ist verboten. Enge Mitarbeiter sind inhaftiert oder im Ausland. Auf Nawalny hatte es in der Vergangenheit mehrfach Anschläge gegeben. 2020 überlebte er nur knapp einen Giftanschlag. Er wurde damals in der Berliner Charité behandelt, ist aber danach eben dann doch wieder nach Russland gegangen. Und wir erreichen jetzt unseren Russland-Kursmanenten Christoph Wanner in Dubai, dort gerade für eine Dokumentation unterwegs. Ja, Herr Wanner, gibt es schon irgendwas Genaueres über die Todesursache Nawalnys? Denn es ist ja klar, dass kaum jemand an einen normalen, natürlichen Tod glaubt. Also wir müssen uns natürlich erst einmal an die offiziellen Stellungnahmen der russischen Behörden halten. Und da heißt es von der Strafvollzugsbehörde, dass Nawalny auf einem Rufgang war und da soll es ihm übel geworden sein, schlecht geworden sein. Dann ist er wohl ohnmächtig geworden. Dann hat man versucht, ihn zu reanimieren, wie es von offizieller Seite heißt. Und dann war da wohl aber nichts mehr zu machen. Und Nawalny ist verstorben, heute vor wenigen Stunden in Sibirien, in dem kleinen Örtchen Harp. Das ist in der Nähe der Stadt Salichhardt. Da war dieses Straflager, wo Nawalny inhaftiert war. Und das ist jetzt die offizielle Sichtweise, die offizielle Erklärung. Und natürlich glauben Nawalnys, dass Alexej Nawalny ermordet wurde von dem System Putin. Das ist sozusagen die Stellungnahme auch von Ekaterina Schulmann, einer wichtigen russischen Politologin. Und dann gibt es auch noch eine Reaktion aus dem russischen Föderationsrat, also aus der oberen Parlamentskammer. Und da heißt es, das Ganze sei ein Unglücksfall. Und der Sprecher von Wladimir Putin, Dmitry Peskov, hat gesagt, dass der Präsident informiert worden sei. Und dass jetzt eben die Ärzte herausfinden müssen, woran Alexej Nawalny wirklich gestorben ist. Und ich kann jetzt auch nicht mehr tun, als diese unterschiedlichen Meinungen hier nochmal zusammenzufassen. Und es ist tatsächlich abzuwarten, was jetzt die Ergebnisse dieser Untersuchungen bringen. Und klar ist natürlich auch, dass die Anhänger von Nawalny ihre Meinung haben. Und daran wird auch diese Untersuchung der Ärzte nichts ändern. Das ist klar. Und es ist natürlich auch klar, dass in so einer Lagerhaft wirklich das nicht förderlich für die Gesundheit ist. Selbstverständlich. Wie steht es denn jetzt eigentlich um die Familie Nawalnys? Was wird mit ihr passieren? Also ich habe jetzt nur mitbekommen, dass die Familie darum gebeten hat, jetzt auch die Anhänger von Nawalny noch keine Stellungnahmen abzugeben. Was genau mit der Familie jetzt passieren wird, ist für mich äußerst schwer zu sagen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass der Tod von Alexej Nawalny für die russische Opposition ein enormer Verlust ist. Dieser Mann hatte eine große Bedeutung für die Opposition. Man muss dazu sagen, dass diese russischen Kreml-Gegner sicher nicht besonders grün sind. Die meisten davon, dass diese Opposition sehr zerstritten ist. Aber Alexej Nawalny ist der wichtigste Mann gewesen und er hat tatsächlich da auch einen äußerst relevanten, meistens auch guten Ruf. Und jetzt ist er nicht mehr da. Und die anderen, die von Rang und Namen sind, sind im Prinzip auch im Gefängnis. Da fangen wir an mit Ilja Jaschin, der achteinhalb Jahre bekommen hat, wegen Diskreditierung der russischen Armee. Dann Karamoza, Wladimir Karamoza, 25 oder 26 Jahre Straflager, angeblich wegen Hochverrats. Das sind jetzt mal zwei Männer, die mir sofort einfallen. Und dann gibt es natürlich auch noch Boris Nemtsov, ehemaliger großer Oppositionspolitiker hier in Russland, der 2015 in Kreml-Nähe ermordet wurde. Also man sieht schon, wie es um die russische Opposition steht. Viele sind tot und die anderen von Rang und Namen sind die meisten im Gefängnis oder eben auch im Exil in Europa, in den USA. So sieht das momentan aus und ich denke, da gibt es auch nichts zu beschönigen. Ja, Herr Wanner, dieser Zeitpunkt dieses Todes von Nawalny, der ist ja auch speziell, denn Russland steht eben vor Wahlen. Putin will sich wieder in den Kreml wählen lassen als Präsident. Kann es auch sein, dass er, also Nawalny, Einfluss genommen hat, trotz seiner Haft im Straflager und dass man auch deshalb das vielleicht von Seiten des Kremls eher begrüßt, wenn er eben, wenn diese Stimme eben jetzt verstummt ist? Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was man von Kreml-Seite begrüßt oder nicht begrüßt. Das ist unmöglich. Aber ich weiß, dass Alexej Nawalny natürlich auch sich eingemischt hat in diesen Wahlkampf jetzt in Russland am 15. oder vom 15. in den Präsidentschaftswahlen. Nawalny hat empfohlen, allen möglichen Kandidaten, die es nur gibt, die Stimme zu geben, nur nicht Wladimir Putin. Und er hat eben über seine Anwälte auch aus dem Straflager in Sibirien heraus immer wieder versucht, seine Anhänger zu motivieren und eben auch die Oppositionswähler dazu aufzufordern, allen ihre Stimme zu geben, egal wem, nur nicht Wladimir Putin. Das war immer die Position von Nawalny und er war auch innerhalb dieses Straflagers laufend in Haft, also in Zellen. Man muss sich vorstellen, in Straflagern sind die Männer nicht in Zellen, sondern in Barakten, können sich eigentlich relativ frei bewegen. Aber wenn man dann gegen die Vorschriften des Gefängnisses verstößt, dann kommt man eben doch in Zellenhaft. Das heißt dann Strafneu-Isolator, sowas wie Strafisolator. Und da war Nawalny seitdem er in Harpes um die 20 Mal, wenn nicht mehr, also die genaue Zahl, die glaube ich bei 27 Mal immer wieder, musste er da für 14 Tage, 10 Tage, drei Wochen einpassieren. Die genaue Länge kann ich jetzt nicht sagen, aber so muss man sich das vorstellen. Die Haftbedingungen sind natürlich in diesem sogenannten Straflager nochmal um einiges heftiger und schwieriger als in dem normalen Barattensystem, auf dem ja das russische Straflager passiert oder der Strafvollzug passiert. Das ist anders als in Deutschland. In Russland gibt es wesentlich mehr Straflager als Gefängnisse. Gefängnisse gibt es im Prinzip eigentlich nur in Form von Untersuchungsgehängnissen und in Form von Gefängnissen für Lebenslängliche. Alle anderen sind in den diversen Straflagern inhaftiert. Christoph Wanner, vielen Dank für diese Informationen. Zurzeit in Dubai unterwegs, deshalb dieses eher ungewöhnliche Bild. Dankeschön. Die Unterbrechungen in der Leitung, die Zwischenzeitlichen, die bitte ich zu entschuldigen. Vielen Dank.